Moinsin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum Mass Effect Andromeda. Wir sind auf H047C, haben gerade Krex erschossen, das war relativ unspektakulär. Also wenn die Namen nicht drüber stehen würden, dann würde man hier bei der Hälfte der Endgegner überhaupt nicht erfahren, wer die Typen sind. Das halte ich dem Spiel so ein bisschen vor, da könnte ein bisschen mehr Spannung aufkommen. Oh, irgendwas gibt es hier aber zu scannen. Angeblich. Nun ja, wie dem sei. Wir haben einen Behälter, angaranische Meditationskristalle, wie kommen die hier her? Und hier haben wir das Datenpad, auf dem wir herausfinden sollen, was Krex vorhat. Stand da, jedenfalls was er, beziehungsweise was er vorhatte, denn er ist ja tot. Wir haben ihn erschossen. Ich weiß, dass das Remnant Tiller in den Konservatoren funktioniert. Geht es weiter. Elora, aus. Es ist das Asari von Kadara. Sie wollten die Kolonien, aber es scheint, dass sie nicht mehr als Remnant Tiller können. Sam? An active Remnant Tiller würde mehr Soil zu Radiation geben, erhöhten Helium-3-produktion exponentially. If my calculations are correct, this planet could fuel Nexos ships for an estimated 368 years. Na, na super. With that much fuel, we could discover countless new worlds. We need to get that Tiller up and running. I've marked the Remnant Conservatory on your display. If Elora had mined enough Helium-3 to bomb the colonies, I advise against hypothetical Spotfinder, I've alerted the Nexus to the situation. Patrols will be stationed around this planet to ensure the Helium-3 remains in your control. Still, when I see Elora again, we're having a chat. Elora, aha. Ich weiß nicht, wer das ist, aber sie wollte die Kolonien hier in die Ducht springen. Haben wir noch ein paar, ne? Das haben wir uns aber, glaube ich, schon angeguckt. Jo. Auf Kadara. Also, wir werden nochmal nach Kadara auf jeden Fall zurückkehren. Da ist das Ding. Das wir noch scannen sollten. Jo. Aber dann haben wir das ja schonmal geklärt. Und hier gucken wir uns natürlich auch nochmal um. Ein Remnant-Gewächshaus. Wächshaus. Echt? Habe ich das jetzt richtig mitbekommen? Müssen wir mal gucken. Und da gibt es halt eine Fräse. Sie haben das hier mit Fräse übersetzt. Das könnte auch... Ja, weiß gar nicht. Die Fräse stimmt schon irgendwo. Aber es ist wahrscheinlich mehr so eine Art Flug, ne? So. Wo haben wir das Ding denn markiert bekommen? Hier drüben. Okay. Ich wollte ja immer nochmal nach hier hinten fahren. Aber irgendwie, äh, dann können wir uns doch gleich eine Runde, ähm, teleportieren. Maha, wie wär's denn damit? Dann sparen wir uns hier das Rumgerenne in den Kuppeln und so. Das wäre doch eigentlich eine gute Sache, oder? Achso, hier, äh, linksrum und dann rechts abbiegen. Alles klar. Äh, ich rutsche. Boah, die Räder drehen ja auch durch, ne? Ich meine, niedrige Gravitation, das ist natürlich ein Ding. Kann ich nicht die Steuerdüsen benutzen, um das auszugleichen? So, und hier gibt's eine Abzweigung. Das müsste... das hier sein. Aha, und da hinten sollen wir also hinzu dieser Kuppel. Das stimmt. Hier ist, äh, obwohl, wissen wir nicht. Wenn man die Atmosphäre halt richtig herstellt und dann hier Samen ausbringt und sowas, vielleicht könnte man hier sogar, ach doch, wir müssen da zu dieser Kuppel. Ich weiß gar nicht, warum ich der Straße so dumm folge. Aber wir machen es einfach. Shit, 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 shit! Was denn? Hä? Was war denn jetzt los? Guck mal, hier können wir ein bisschen was abbauen, vielleicht auch nicht, ob jetzt geht. Dem ging's nicht. Jetzt werden wir umsonst drauf gedrückt. So, hier sollen wir also rein. Na, schauen wir doch mal, was uns dort erwartet. Hm, keine Gegner? Nette Abwechslung. Luftschleuse. Luftschleuse, ist gar keine Luftschleuse, ne? Was bist denn du? Ein Frachtcontainer. Ist da was drin? Da ist etwas drin. Ist da was Gutes drin? Äh, nicht wirklich. Ist das sonst noch irgendwas cooles? Ich glaube ja beinahe nicht. So, hier runter sollen wir also. Um uns mal ein bisschen umzugucken. Hallo? Hallo? Ist jemand zu Hause? Ah, hier gibt's wieder so einen Schacht. Okay. Haben wir da irgendwie zu rechnen. Da gab's gerade noch mal ein bisschen Strahlung. Hier unten ist aber safe, wie's aussieht. Hallo? Oh shit! Irgendwie... Au! Aber was ist denn hier los? Das ist... Ich komme hier nicht über... Ja genau, hier auf diese Seite entdecken wollte ich. Ich bin ja nicht rüber gekommen. Das ist dumm. Warum habe ich jetzt die falsche Waffe? Komm schon. Scheiße, warum? Ja... Okay, das war gerade scheiße, ne? Ich bin hier zweimal hochgesprungen, bin beides mal nicht über diese Mini-Barriere hier rüber gekommen. Großartig. So, schauen wir uns mal ein bisschen um. Eine Konsole soll's hier tiefer in der Anlage geben. Ähm, hier gibt's Lebensenergie. Das finde ich gut. Hier ist wahrscheinlich das Sturmale zum Tür öffnen. Ne. Was macht das Sturmale? Dann schauen wir mal nach. Oh! Okay. Wir haben gerade so ein Ding aktiviert und es versucht tatsächlich nicht uns zu töten. Keine relevanten Daten. Ganz sicher. So, hier können wir die Tür öffnen. Haben wir noch irgendwas? Die mega spannendste gibt's Munition. So, und dann gucken wir uns mal hier außen um. Da gibt's ja auch manchmal noch Dinge einfach hier hinter. Hm, heute allerdings nicht wie's aussieht. Schade eigentlich. So, ja. Mal gucken was wir da mit dem... Ah, hier ist das. Ähm, ja. Vielleicht nicht dumm wäre. Nee. Dann können wir das Ding hier auch nochmal scannen. Irgendwas gibt's hier noch zu scannen angeblich. Ja, ne. Irgendwie nicht. Kann man das Ding hier scannen? Schön. Okay. Okay, dann lasst uns diese Tür öffnen. Vielleicht ist sie auch schon offen. Vielleicht muss ich all dem Ding sagen, dass die von uns aufmachen soll. Ich hab auch gesagt, mit Hilfe des Scanners würde das gehen, oder? Ich berühre mich ja jetzt gerade komplett. Ah, von hier aus geht's. Okay, Reliktkonsole. Jetzt haben wir die gescannt. Ah. Das Ding versorgt ist jetzt mit Energie. Okay, keine Ahnung warum wir da nicht selbst interfacen konnten, aber... Das sind aber... Doch, doch. Die werden uns auf den Sack gehen. Da bin ich mir ganz sicher. Äh, Köpfe einziehen, wie soll das funktionieren? Ich spür das Ding! Hm, hält nicht stöd. So, wo ist das Ding da drüben? Dort. Da ist nur meine Drohne mit dem Weg. So, wir wollen mal gucken. Äh, machen diese Teile uns mehr Schaden? Ja. Und da drin kann man auch nicht mal was machen, ne? Wenn die so einen roten Rand haben, machen die uns einfach nur Schaden, ohne irgendwie... Irgendwas Hilfreiches in sich zu haben. Und hier gibt's nicht mal irgendwie, ähm, eine Konsole, um die Teile abzuschalten. Merkwürdig. So, das hier scheint freundlich zu sein. Remnants, wo denn? Da hinten irgendwo. Oh. Hi! Da hinten oben irgendwo noch einer rum. So, ich werde mal das hier mitnehmen. Aua! Was das war? Alle glaub ich nicht. Hm. aber wir lagen hier erstmal unsere Schilder auf ach so, ha und dann müssen wir nochmal und ich finde es dumm auszuweiten au na geil wir haben uns 3 fallen ecken geblieben na clever au, erledigt, gut gemacht Mädels nice gut, also hier scheint es irgendwie weiter zu gehen ist er noch, oder? ich denke nicht hier haben wir ne Konsole hier haben wir ne Konsole und ne Tür, das verzweigt sich hier echt ok, keine Ahnung was diese Konsole macht wir finden das nur raus ja, wo ist noch unser ist er weg unser Dings ist weg müssen wir jetzt nochmal nach draußen gehen und nen neuen holen ich glaube, es ist noch ein auch das ist noch ein und da fährt mein spiel ein. nach stufenaufstieg. da kann man mal kurz einfrieren, nach stufenaufstieg wow, wie groß ist denn das ding hier? keine ahnung ich schätze mal, wir werden das beim nächsten mal weiter akkunden, nimmst du Mädels? dafür brauchen wir auch wieder, ja genau, hier steht's ja, Absorber brauchen wir das heißt, wir müssen uns von vorne wirklich einen wiederholen wahrscheinlich hier geht's noch weiter wow das ding ist einigermaßen groß wieso, gab's noch was zu trennen? ein scanner schlägt noch voll aus nope ja dann würde ich sagen, äh mach ich hier gleich einen Puff und bewege mich Richtung ah uncool und bewege mich Richtung Ausgang zurück guck mal, ob ich so einen Observer holen kann ansonsten weiß ich auch nicht ne, hier drüben gibt's ja auch noch irgendwas ja, für heute war's das auf jeden Fall, Jungs und Mädels ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten mal wieder mit dabei seid und macht's gut ums dann tschau tschau